Der Burghauser Adventskalender Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, ich hätte gemeinsam mit dem Bill Gates das Coronavirus erfunden, nur damit ich nicht in Burghausen spielen muss. Das ist natürlich ein Schmarrn, weil es den nämlich gar nicht gibt, den Bill Gates. Und jetzt sollen wir demnächst alle geimpft werden, damit für alle meinen, Burghausen wäre ungefährlich. Aber ich sage euch was, Burghausen ist auch so ungefährlich. Und deshalb freue ich mich narrisch, dass ich im nächsten Jahr ganz gesund und ihr auch und wir alle miteinander, dass wir da miteinander einen wunderschönen Abend haben werden. Ganz liebe Grüße und bleibt tapfer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.